Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Abstrakt. Absolut. Kaum ein Rapper schafft es Themen wie Gesellschaftskritik und Spiritualität so gut mit Battle Rap zu vereinen wie Abstrakt. Das letzte Soloalbum des Österreichers Mama Sagt Knock In Out erschien im März 2018. Die Beats zu seinem neuesten Machwerk stammen ohne Ausnahme von dem Wiener Produzenten Freshmaker. Absolut kommt mit 13 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Infinite, Ilstar und UK Valley. Das Album kommt über einige der wenigen und erscheint als CD und auch als Bundle. Mert Boxerschnitt. Bei seinem Debütalbum Kunde ist König, welches 2017 erschien, veröffentlichte Mert eine Videoauskopplung zu dem Track Boxerschnitt. 2018 erschien an sein zweites Album Delikanle. Sein drittes Album wurde nun nach Merts bevorzugtem Haarschnitt benannt. Boxerschnitt kommt mit 15 Tracks und zwei Features. Das Album kommt über Hustler Music und erscheint als Box. SLS Musik SLS Sampler Vol. 1 SLS Musik ist ein junges Label aus Neukölln. Die Abkürzung SLS steht für Stabilität Luxus Slang. Das Label besteht aus den Mitgliedern Hassan K, Gringo, Brudi030 und Hausproduzent Goldfinger. Bekannt wurden diese vor allem durch die Serie 4 Blocks. Zu der Anzahl der Tracks gibt es noch keine konkreten Infos. Das Album kommt über SLS Musik und erscheint digital. Dame Zeus Nach seinem letzten Album Zukunftsmusik führt der aktuelle Albumtitel zurück in die griechische Mythologie. Zeus ist der höchste Gott der Griechen. Zeus kommt mit 17 Tracks und beinhaltet Features von On Clou und Tina Naderer. Das Album kommt über Dame Stream Records und erscheint als CD und auch als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war es für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.